Ich grüße euch alle recht, recht herzlich. Ich kann euch eines sagen, meine Erfahrung ist, für den lebendigen Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich will euch an was teilhaben lassen, was mich schon seit Tagen bewegt. Vor ca. drei Vierteljahr bekam ich einen Brief. Und dieser Brief, der kam aus Amerika, aus Texas. Ich habe mich gewundert und irgendwo auf meinen Touren gab es eine Mutter und die hat mein Buch gekauft und hat mich gebeten, ich soll doch ihrem Sohn etwas hineinschreiben. Ich wusste nicht, wer der Sohn war und ich habe mich hineingeschrieben, dass es den lebendigen Gott keine hoffnungsfälle gibt. Und einfach, einfach und habe mutmachende Worte geschrieben. Und die Mutter schickte dieses Buch nach Amerika, nach Texas, ins Gefängnis. Und ihr Sohn sitzt in Amerika, in Texas, in die Todeszelle. Sein Hinrichsbruchstermin, der steht 23. November 2022. Jetzt hat er mein Buch gelesen, hat meine Widmung gelesen und stellt euch vor, er hat sein Leben Jesus gegeben und er schrieb einen langen, langen Brief, einen langen Brief und hat hineingeschrieben, wie es ihm geht und was für schlimme Taten er gemacht hat. Aber dass er jetzt, auch wenn er hingerichtet wird, er ist bereit, seinem Schöpfer entgegeltend zu bringen. Ich sage euch ehrlich, das hat mich sowas schon bewegt. Ich habe ihn zurückgeschrieben. Das Einzige, was ich machen kann, ist einfach beten, dass er ihm die letzten Monate noch Gnade schenkt. Und vielleicht können wir beim Gouverneur noch was erreichen. Ihr Lieben, ha 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 ha, es kam wieder ein Brief. Es kam wieder ein Brief. Und ich wundere mich, der Brief, der kommt nicht aus Texas, sondern der Brief, der kommt aus Florida. Und stellt euch mal vor, der Gouverneur von Texas hat die Todesstrafe aufgehoben und jetzt hat er nur noch 98 Jahre vor sich. Ich habe das meiner Frau erzählt. Und er hat gesagt, boah, wapp ab, wir kriegen das hin, dass der Junge doch wieder zurückkommen kann nach Deutschland. Und dass er vielleicht noch seine Familie noch mal sehen kann. Ihr Lieben, wir ahnen nicht, egal mit welchen Problemen wir zu Jesus kommen, egal was uns betrückt, egal was uns beschäftigt, wir haben einen Herrn und Heiland im Himmel, der hinter uns steht, der uns an der Hand nimmt und der uns auch durchführt durch das fünfte Tal. Das würde ich euch einfach mitteilen und ich bin dem Herrn so dankbar, was er an den Menschen tut. Ihr Lieben, ich grüße euch alle recht herzlich. Euer Wilhelm Bunz, besser bekannt als der Bibelhaut. was er hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020